Bevor wir Sie nach Yosemri senden, möchten wir Ihnen einige Tipps über Leben geben. Zuerst müssen Sie einen sehr guten Rucksack haben. Dieser ist wichtig, weil Sie einen zuverlässigen Rucksack auf alle Ihre Geräte tragen müssen. Jetzt testen wir Ihr Rucksackwissen. Ist dieser Rucksack oder dieser Rucksack besser? Wenn Sie die zweite entschieden, dann sind Sie richtig. Nächster sollen Sie gute Schuhe haben. Sie werden viel laufen, also die Schuhe sollen dauerhaft und komfortbar sein. Jetzt testen wir Ihr Schuhwissen. Sind diese Schuhe oder diese Schuhe besser? Wenn Sie die erste entschieden, dann sind Sie richtig. Als nächstes sollen Sie die richtige Essen mitbringen. Diese ist wichtig, weil das Essen Ihren Energie gibt. Es ist ausschränkend zu Fuß den ganzen Tag und das richtige Essen hilft. Das richtige Essen ist gesunde Essen und das falsche Essen ist fettig und ungesunde Essen. Jetzt testen Sie Ihr Wissen gesunde Essen. Ist dieser Essen oder dieser Essen gesunde? Wenn Sie die zweite entschieden, dann sind Sie richtig. Oh, hey, guten Morgen! Entschuldigung, es ist 5 Uhr und ich bin ein bisschen müde. Hier sind wir in Maripose Grove, wo die Bäume sind eigene am größten Bäume der Welt. Maripose Grove hat mehr als wenig holle Bäume. Yosemite hat viele Blumen. Die Füße der Bäume sind auch sehr groß. Hey Jeff, hat Yosemite Tieren? Ja klar, wenn man sehr ruhig ist, kann man Hirsche sehen. Hier ist der Wawona Tunnel Tree. Vielleicht ist er am berühmsten Baum der Welt. Der Grizzly Giant hier ist einer der größten, altesten Bäume in Yosemite. Man fühlt sich wie eine Maus neben dem Baum. Waldbrände passiert oft. Ein Blitzenschlag beginnt das Feuer. Hier sind die Bachelor und Three Races. Schau mal, der Clothespin Tree. Was macht man, wenn ein Baum ist entlang den Fußweg gefallen? Die Bäume sind so heftig, man kann sie nicht abheben. Also man kann den Baum durchschnitten. Einfach. Manchmal fühlt eine Bäume neben dem Fußweg und sie sind kein Problem. Und jetzt für eine Pause. Da! Ja! Ja! Mmh, Charal ! On n'a pas fini de vous faire aimer la viande. On n'a pas fini de vous faire aimer la viande. Ah, ce sont des cliffes ! Oui, et on doit être très prudents. C'est un grand défi. Jeff, pourquoi ne nous ne pouvons pas voir ça ? Le monde a été prouvé pendant quatre jours. La pluie est de la pluie. Jeff, ce que vous voulez ? Je vais passer sur cette pluie. Ah, ça me fait plaisir. Je me demande comment ce lit ici. C'est un grand défi. Ce qui est ici ? Et on est en sentinel-dome. Et là, vous pouvez voir l'alphe-dome. Sehen. Wollen wir da zu Fuß gehen? Kommen Sie bitte nach diesem Interview mit. Jetzt zum ersten Mal auf unserer Zeitung Umweltmann Russell Brand. Hallo, hallo. Ich habe gehört, dass Sie Yosemite besuchte? Ja, ja, das ist richtig. Es war eine gute Erfahrung. Ich werde das nie vergessen. Wo sind Sie geblieben? Hm, ich kann Ihnen sagen, wo ich nicht geblieben bin. Ich bin nicht in der Kuri Village Cabins geblieben. Sie sind schlecht. Sie sind am schlechten Cabin in Yosemite. Aber Sie sind auch am Billingsstown. Ja, ja. Also, wo sind Sie eigentlich geblieben? Ich bin in der A&E Hotel geblieben. Es war sehr schön. Aber es ist sehr schwierig, um ein Hotelzimmer zu haben. Sie mussten vor ein ganzer Jahr reservieren. Aber es würde sich lohnen. Die Zimmern sind fantastisch. Sie haben viele Kulturen und die Mitarbeiter sind sehr nett. Und das letzte Mal bin ich Yosemite gegangen. Bin ich in dem Yosemite Lodge geblieben. Es ist auch sehr schön, aber nicht wie neu als A&E Hotel. Aber es hatte Dinge, die A&E Hotel nicht hatte. Es war mehr historisch. Uh-oh. Du bist so ein B&E Hotel. Vielen Dank.